Guten Leute, ich suche für das neue MMO Neverwinter Online, das MMORPG davon, einen Mitspieler. Ich bin schon Level 60 und Kleriker, deswegen suche ich jemanden, der sich mit mir auf Server Beholder einen neuen Charakter erstellt und den bis Level 60 zusammen durchspielt. Regeln sind wie folgt, wenn der Partner nicht da ist, wird nur PvP gemacht, kein PvE. PvE kann alleine mit dem Maincharakter gemacht werden und du solltest auf jeden Fall ein fester Zocker sein, der auch mal ein paar Nächte durchzocken kann, ohne zu schlafen. Und ja, wenn du das bist, dann melde dich doch bei mir in Skype unter game-mogul oder per E-Mail an webmaster-cd-keys.at oder ingame unter heal-mogul und ja, dann freue ich mich schon auf eure Nachrichten und so. Ja, meine Handynummer gebe ich auch noch mit rein, ich habe WhatsApp, das ist die 01520 530 Ich freue mich auf eure Nachrichten, bis denn, ciao, ciao.